Pokalatmosphäre im RB Trainingszentrum am Cotterweg, die zweite Garde des RB Leipzig empfängt in der U17 den FC Erzgebirge Aue. Schiedsrichter Tim Haubenschild begrüßt die Spieler natürlich auch noch einzeln und es wird spannend zu sehen sein, wie RB Leipzig sich gegen den Bundesligisten in der U17 die Pfeilchen aus Aue behaupten kann. Leipzig von rechts nach links, Aue von links nach rechts. Und Leipzig kommt gleich gut rein und der Pass ist exzellent und der Abschluss ist auch exzellent. 1 zu 0 für Leipzig, Samim Bigi steht da natürlich viel zu frei. Aber die Leipziger Bullen können sich früh feiern lassen. Torwart Kretschmer im Kasten der Gäste völlig chancenlos. Und auch in der Folge Leipzig besser, Leipzig zielstrebiger und dann dieser wunderschöne Pass von Madok Stadel. Aber diesmal Kretschmer im Kasten der lila-weißen, da hält seine Mannen im Spiel, die einfach hier nicht reinfinden, die Gastgeber deutlich besser. Nächste schöne Aktion im 16er, wieder Kretschmer. Bei ihm können sich die Mitspieler bedanken zu diesem Zeitpunkt, dass es nur 1 zu 0 für Leipzig steht. Die erste Offensivaktion dann von Amiri. Schöner Schuss des Mannes mit der Nummer 10. Allerdings nicht mehr als ein Hauch von Gefahr und dann schon wieder die Gastgeber. Eigentlich geklärt zu diesem Zeitpunkt, dann aber der Ball irgendwie zum Leipziger Offensivakteur. Und das war Neolinus Heiral. Und dann steht es hier 2 zu 0 für die Hausherren. Hier nochmal zu sehen. Torwart Kretschmer chancenlos die Abwehr um Daniel Pavlov. Sieht dabei nicht gut aus. Der Abschluss aus der Distanz nicht schwer. Leipzig also viel besser in Halbzeit. Eins lässt hier aber dann doch etwas die Zügel zu locker. Emmerich mit dem Abschluss für die Gäste. Aber wir gehen dann mit dem 2 zu 0 in die Kabine. Das ist hoch verdient. Für RB, Torwart Tom Eisfeld noch im Austausch mit den Betreuern. Bei Aue wird schon vor der Halbzeit zweimal gewechselt. Da ist Trainer Philipp Haug nicht so zufrieden mit der Leistung seiner Spieler. Und die kommen dann auch stark in Halbzeit 2 rein. Pass in die Tiefe. Exzellent die Übersicht auch. Und dann steht es hier nur noch 2 zu 1. Emmerich. Diesmal trifft er den Kasten. Ball direkt aus dem Tor geholt. Die lila-weißen wollen hier den Ausgleich so schnell es geht. Abschluss natürlich Makulatur. Vorarbeit wunderschön von Niklas Schmidt. Dann aber wieder Leipzig. Pingkong im 16er. Der Gäste. Und dann steht es hier Postwenden. 3 zu 1. Lennox Eilke. Mit der erneuten 2-Tore-Führung für RB. Wir sehen es hier. Die Zuordnung stimmt überhaupt nicht bei Aue. Und deshalb der Treffer. Relativ einfach zu erzielen. Der wütende Gegenangriff. Dann Kulisiewicz mit dem Abschluss knapp am Kasten vorbei. Dann gehen wir in den verdeckten Bereich rein. Und da kommt auch eine Überraschung raus. Nämlich Aue mit Maurice Wagner und dem Nachschuss von Amiri. Beide treffen nicht. Die Gäste in der zweiten Halbzeit viel besser. Laufen dem Rückstand aber hinterher. Dann aber der Abschluss. Maurice Wagner trifft. Aus zentraler Position. Zum 3 zu 2. Genug Zeit ist noch. In der U17 wird ja 80 Minuten gespielt. Der Anschluss in der 62. Abschluss kein Problem für den Stürmer. Leipziger Abwehr sieht da nicht gut aus. Viel zu viel auf den Flügel verschoben. Aber es sollte am Ende reichen für RB. Leipzig gewinnt 3 zu 2 gegen Aue. Zieht ins Halbfinale des Landespokals ein. Die Enttäuschung bei den Gästen. Natürlich groß. Ich bin natürlich sehr stolz auf die Mannschaft. Ich denke, es war ein hartes Stück Arbeit. Man hat es gesehen, die U17 von Aue hat uns sicherlich alles abverlangt. Aber der Stolz und die Freude überwiegt jetzt natürlich nach Abpfiff. Wir haben das ganz klar als Zielstellung formuliert. Und ich denke, das ist auch eine hohe Zielstellung. Aber die Jungs können das auf jeden Fall schaffen. Und es stehen aber noch, dazwischen kommt noch das Halbfinale. Mal gucken, wer es wird. Und dann noch Finale. Es sind noch zwei Spiele zu spielen. Da müssen wir sicherlich auch demütig sein. Aber können auch die nötigen, ja, einfach nötige Zuversicht haben, dass wir da den Pokal auch holen können. Stolz können sie sein in Leipzig. Als nächstes geht es mit einem Freundschaftsspiel gegen Ingolstadt weiter. Aue trifft in der Liga auf Rostock. Aue trifft in der Liga auf Rostock.